Hallo Leute, ich bin's wieder, der Marcel. Ich begrüße euch zu einem, ja, etwas kleinem Video. Und zwar bezüglich eines Nebenprojekts. Denn, ähm, ich hab keine Idee, was ich als nächstes spielen könnte. Ähm, also ich würde am liebsten irgendwas auf Super Nintendo spielen oder auf Game Boy Advance, irgendwas sowas. Und, äh, da seid jetzt ihr gefragt. Ihr könnt, äh, ähm, lauter Spiele posten, die ihr gerne sehen wollt von mir. Ähm, also das Spiel sollte nicht zu lange dauern. Maximal 20 bis 40 Parts oder 20 bis 30. Weil es soll ja kein Endlosprojekt sein. Und, ja, äh, ihr nennt mir dann jetzt ein paar, äh, Projekte. Ich bitte auch, äh, wirklich alle mitzumachen. Also jeder, der das Video schaut, soll auch einen Kommentar machen, weil da würde ich mich sehr freuen und so. Und, ähm, genau. Ich wähl mir dann vier raus, also von den Spielen, die ihr mir sagt. Vier von denen wähl ich mir raus. Also die mir persönlich gut gefallen und die mir auch Spaß machen zu spielen. Oder vielleicht auch Sachen, die ich noch nicht kenne. Weiß ich noch nicht. Und, ja, genau. Ein kleines Nebenprojekt, entweder auf dem Game Boy Advance oder auf, äh, Super Nintendo. Ähm, genau. Und dann wähl ich eben die vier raus. Und ihr dürft dann nochmal abstimmen von, ähm, den Spielen, die ich rausgesucht habe. Und dann wird halt eben das Projekt entschieden, das ihr dann schlussendlich sehen wollt. Ja, das war's dann von meiner Seite. Ich hoffe, ähm, ihr schaut hier anderen Videos, beziehungsweise Oblivion, die ganzen Parts und so. Und wir werden dann sehen, was dabei rauskommt. Bis zum, ja, Oblivion-Part, würde ich sagen. Tschüss, Leute. 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 Vielen Dank.